Hallo, ich bin Annika und ich zeige euch jetzt mal mein Ottensief. Hier im Mercado gibt es alles was ich brauche, immer frische Sachen, frisches Obst, frisches Gemüse, tolle Restaurants und das Beste ist zu jeder Tageszeit und jeden Tag. Und falls meine Eltern mal vorbeikommen, dann gibt es hier den besten Fleischer in ganz Hamburg. Ganz tolles frisches Fleisch. Käse Fondue aus bestem Schweizer Käse. Hier gibt es Frühstück ab 4,50 und die allerbesten Küchen. Wenn ich mal Lust habe auf einen Cocktail, dann ist das Aurel die beste Adresse. Hier gibt es nämlich Happy Hour bis 22 Uhr täglich. Das hier der Park am Stuhlmannplatz. Ein Fleckchen Natur mitten in der Großstadt, einfach cool zum Relaxen. Wenn ich auf den Balkon gehe, dann auf den Altona Balkon. Hier hat man den schönsten Blick über den ganzen Hafen Hamburg. Hier sind wir in der Strandperle, mein absoluter Lieblingsplatz. Einfach zum Relaxen und Chillen, super. Das war's.